Heute sprechen wir mal über ein spannendes Thema und zwar die Zinspolitik hat sich ja ein bisschen verändert in den letzten Jahren, in den letzten kurzen zwei Jahren. Welche historischen Entwicklungen gab es halt so in der Vergangenheit, da reden wir darüber und wie waren da die Reaktionen am Markt von den Projektentwicklern, Bauträgern und so weiter, wo man jetzt halt vielleicht auch wieder daraus lernen kann, was in der nächsten Zeit passieren wird vielleicht und was halt schlaue Handlungsweisen sind. Heute habe ich den Michael Veith hier als Gesprächspartner. Vielen Dank, dass Sie sich die Zeit nehmen. Leider nicht persönlich, ich bin hier jetzt ja noch in Berlin. Leider hat es zeitlich nicht hingehauen, dass wir uns persönlich jetzt treffen können, aber besser so als gar nicht. Vielen Dank auf jeden Fall trotzdem für die Zeit über den Videocall. Genau. Sie haben ja Jahrzehnte Bankerfahrung und sind jetzt im Immobilien-Transaktionsbereich tätig. Exakt. Exakt. Genau. Wie war Ihre Rolle damals in der Bankenwelt? Also haben Sie Finanzierung vergeben oder was genau war Ihre Aufgabe? Ja, also über 25 Jahre war der Deutschen Bank, vielleicht den Namen zu nennen, zum Schluss als Filialdirektor in der Filiale Ansbach tätig und hat natürlich das gesamte Spektrum bearbeitet mit unseren Mitarbeitern und für die Kunden natürlich. Da war natürlich auch sehr viel Baufinanzierung oder Finanzierung im weitesten Sinn dabei, auch im Bereich Firmenkunden, also das ganze Spektrum. Ja, insofern war das eine lange Lehrzeit. Nach dieser Zeit war ich dann bei zwei weiteren Banken, jeweils als Landesdirektor Bayern oder Süddeutschland tätig und bin jetzt seit bald am 1.10. das ist 10-jähriges Jubiläum, meine Immobilienfirma Financial Release. Ja, und seit dieser Zeit bin ich in dem Thema verstärkt drin. Und ja, es war eine interessante Zeit dahingehend. Wir sind eingestiegen in das Thema, um die Finanzierung nochmal zu sagen. Da waren wir bei 1,5 Prozent. Meine Rede war immer, die Zinsen gehen nach oben, sie sind nach unten gegangen. Wir waren in der Spitze, in der unteren Spitze bei 0,5 Prozent. Das war natürlich fantastisch. Die Banken waren auch sehr, sehr bereit, Finanzierungen zu machen, auch bei knappen Verhältnissen. Teilweise waren ja sogar die Mieten teurer wie die Finanzierungen. Dass wir jetzt natürlich eine Veränderung haben, das ist diversen Punkten geschuldet. Das fängt mal an, natürlich bei der Pandemie, wo Schwierigkeiten aufgetreten sind. Dann haben wir beginnende Inflationstendenzen, die sich jetzt dann mit dem Ukraine-Krieg natürlich noch deutlich verstärkt haben. Hand in Hand mit den Energieproblemen natürlich. Und dann sind zwei Dinge passiert. Und eins sind die Zinsen deutlich gestiegen. Ich habe jetzt gerade gestern eine Finanzierung mit 6,2 Prozent gehabt. Also es hat sich teilweise verdreifacht, vervierfacht. Und die Banken selbst sind natürlich äußerst zurückhaltend geworden, weil natürlich das Problem der Kapitaldienstfähigkeit durch die deutlich erhöhten Zinsen schwierig geworden ist. Das heißt also, wir haben ein paar Probleme gleichzeitig. Was möglicherweise auch uns zukommen wird, ist die Geschichte, dass viele Endverbraucher, Häuslebauer, Wohnungskäufer im eigenen Bereich teilweise falsch oder nicht richtig finanziert worden sind mit zu kurzen Zinsgeschreibungen. Ja, und nach zehn Jahren, wenn einem dann die Problematik trifft, einer Vertreiber-Vierfachung der Annuität, da wird es sicherlich zu Schwierigkeiten geben. Auf der anderen Seite haben wir natürlich auch gleichzeitig, was die Projektierungen angeht, deutlich gestiegen in der Weise im Bereich der Materialien, Holz, Stahl und dergleichen erleben müssen, das dazu geführt hat, dass wir teilweise Projekte, das sind abgesagt worden, auch von sehr, sehr großen Bauträgern, jetzt gerade in den letzten Tagen, ist ja in Nürnberger, im fränkischen Bereich, die Firma Projekt mit drei ihrer Firmen, mit drei großen Projekten in Nürnberg, in Insolvenz gegangen. Ich hoffe, das lässt sich noch auffangen, weil da auch sehr viele Privatleute betroffen sind, die nach der sogenannten MAWV aus der Marker- und Bauträgerverordnung teilweise die Hälfte schon angezahlt haben. Wie das jetzt weitergeht, weiß ich nicht. Was sowas passiert, ist natürlich für den Markt schlecht. Wir haben nämlich auf der einen Seite die Geschichte, dass im Privatwohnungsbau auch die Preise stagnieren, aber nicht nach unten gegangen sind. Also die Preise sind gehalten worden. Die Mieten sind auch leicht gestiegen. Wie das sich weiterentwickelt, kann man schlecht sagen. Wir sind in der Hauptsache ja im Bereich der größeren Großimmobilien dabei, seien Hotels, Wohnanlagen, Portfolien, auch im Bereich jetzt, Sie haben es vorhin mal angedeutet, NVZ, also Nachversorgungszentren, Drogerien, Foodmarkts und so weiter. Die Nachfrage ist ungebrochen. Wobei diese Branche, um vielleicht die Schwarzgruppe zu nennen, in Edeka, Netto und wie sie alle heißen, haben natürlich aufgrund der Problematik im Bereich der Kräufe, in ihren Märkten, deutlich zugelegt, haben gutes Geld verdient und das führt auch jeder Verbraucher in seinem Geldbeutel. Das heißt teilweise, was hat mein Frau Litzing gesagt, die Kräufe haben sich verdreifacht. Bloß als kleiner Beispiel, das sind natürlich nur kleinere Problematiken, aber insgesamt haben wir eine Problematik, dass zwar auch die Kunden weiter essen, trinken und dergleichen leben wollen, aber das Geld nicht mehr da ist aus den genannten Gründen bisher. Wie das weitergeht, ich kann es Ihnen nicht sagen. Wir haben eine Börse, die hatte dieses Jahr All-Time-I, im DAX zumindestens. Dollar, Euro hat sich auch eigentlich ganz vernünftig gehalten. Auf der anderen Seite haben wir den Ukraine-Krieg, der natürlich vieles aufbaut. Gut, man spricht inzwischen von hervorragenden Möglichkeiten, den Wiederaufbau der Ukraine, aber erstmal muss der Krieg beendet sein. Und das ist, glaube ich, das A und O. Wir erleben es ja fast täglich auch, was die Flüchtlinge aus dem ukrainischen Bereich angeht. Und heute steht es in der Zeitung, dass die Bundesregierung da sehr viel Unterstützung, was die Gelder für die Flüchtlinge angeht, leisten muss. Und letzten Endes leistet es natürlich der Vertrauer selber. Ja, das war jetzt jede Menge an Material, über das wir hier diskutieren können. In erster Linie gibt es jetzt halt so im Investmentbereich und im Privatwirtschaftlichen Bereich so zwei Fälle, sage ich jetzt mal. Der eine Fall ist, man hat jetzt was gekauft, will es mittelfristig weiter veräußern, hat es zur Niedrigzinsphase eingekauft, überschneidet jetzt natürlich in die Hochzinsphase und kriegt das Ding halt schwierig verkauft. Das ist die eine Konsequenz von dem Beispiel eben, was Sie gerade genannt haben, von Projekt. Dann gehen halt die Zinsen nach oben, die Objekte sind schon verkauft zu den alten Preisen, sage ich jetzt mal. Die Kosten reichen halt nicht mehr, die Einnahmen reichen nicht mehr aus, um die Zinsen zu tragen, weil es wahrscheinlich überwiegend variabel finanziert ist und dann irgendwann fressen die Kosten die Liquidität auf und dann war es das halt einfach. Das ist halt der Worst-Case-Szenario. Welche Fälle oder welche Möglichkeiten sehen Sie da jetzt, gerade im Finanzierungs- und vielleicht auch Exit-Verkaufsbereich, um halt so ein Szenario abzuwenden? Also im Neubaubereich ist es natürlich extrem schwierig, weil man halt keine Chance hat, jetzt auf einmal Miete zu generieren, aber bei einer Bestandsentwicklung oder so sieht es schon ein bisschen anders aus, glaube ich. Also welche Möglichkeiten sehen Sie da, außer einer Insolvenz noch da irgendwie rauszukommen mit einem blauen Augen? Eigentlich gibt es wenige Möglichkeiten. Eine, die in der vorletzten Woche einen Grunde skizziert hat, war die, er zieht aus seinem eigengenutzten Haus aus, vermietet dieses und versucht also auf kleinerer Basis selber ein Mietobjekt zu finden. Aber das ist natürlich auch nur eine vorübergehende Lösung. Der Verkauf, es wird nachgefragt, aber es wird weder was finanziert oder schlecht finanziert, noch sind die Preise in einer Richtung, die auskommunikiert sind. Und unter Wert werden wir ja nicht verkaufen. Der schlechteste Fall ist natürlich nach einer eventuellen Zwangsversteigerung. Es bleibt noch Darlehen übrig und das Eigentum ist weg. Der bessere Fall ist, dass das Paare aufgeht und der unwahrscheinliche Fall aktuell ist, dass man Gewinn aus der Immobilie zieht. Also aktuell gibt es eigentlich keinen Ratschlag. Vielleicht eine Umfinanzierung, aber man muss ja die erhöhten Zinsen in Kauf nehmen. Also es ist wirklich schwierig und mir fällt eigentlich nichts dazu ein, was man den Privatanlegern, den Privatimmobilienbesitzern helfen kann. Im anderen Bereich ist es natürlich ein bisschen einfacher, da das Geld bei den institutionellen Anlegern, Investoren ist eigentlich da. Man schaut sich natürlich ganz genau an, wo sind die Lagen, welche Möglichkeiten habe ich, Rendite zu schöpfen, wo sind die Projekte aufgestellt. Aber wir sind in einer Phase, die sicherlich schwierig ist. Auf der anderen Seite meinen wir im letzten halben Jahr, Verbesserungen zu spüren. Aber wie gesagt, das ist politisch abhängig von den Reaktionen der Bundesregierungen. Heute gerade ist ja eine Entscheidung getroffen worden, dass die sehr, sehr nachhaltigen Energieauflagen gelockert werden. Das soll wieder einen Schub im Bereich Immobilienbau geben. Bleibt abzuwarten, wann es greift, wie es greift und wie es weitergeht. Bei den privaten Objekten ist es eigentlich ein gutes Beispiel, dass man halt vermietet und als Mieter irgendwo anders reingeht, weil dann könnte man ja zu dem Zeitpunkt dann auch die Zinsen steuerlich geltend machen, was ja halt aktuell beim Eigennutzen nicht möglich ist. Aber erstmal muss ich Geld verdienen. Gott sei Dank ist die Arbeitslosenmode bei uns relativ stabil. Es kommt wenig dazu. Es gibt auch wenig Firmeninsolvenzen, wobei wir natürlich gleich beim zweiten Thema sind. Wir haben zwar keine Rezession, aber es ist angeklungen durch die Inflation natürlich, dass wir eine schwierige Situation haben. Und der Industriestandort Deutschland hat natürlich an Wertigkeit deutlich verloren. Ja, klar. Wir hoffen, dass es wieder besser wird, aber da muss die Politik was tun dafür. Das ist auch klar. So ist es, ganz genau. Da wird meines Erachtens zu wenig getan und ja, zu zügerlich natürlich. Ja. Da sieht man ja auch dann, dass also die Parteien, die AfD und dergleichen oder die Jüngsten eigentlich profitieren. Ob das die richtige Richtung, die richtige ist und welcher Mann vorne der richtige ist, ich kann es Ihnen nicht sagen. Wir haben in Bayern ja jetzt in diesem Jahr Landtagswahl mal sehen, wie es ausgeht. Ich bin gespannt. Jetzt haben wir den Case besprochen, jemand hat gekauft in der Niedrigzinsphase, kriegt es halt nicht mehr los richtig so, weil die Preise auch ein bisschen natürlich sich angepasst haben. Jetzt bei dem Beispiel, wo Sie eben genannt haben, ein Kunde hat 6% Finanzierung angeboten bekommen. Was war das für ein Objekt? War es ein Gewerbeobjekt? Ja, in dem Fall war es ein Grundstückkauf. Dieser Grundstückkauf sollte dazu dienen, dass man ein Sechsfamilienhaus draufbaut. Das ist jetzt erst mal vor zwei Jahren begonnen worden. Und jetzt natürlich durch die Preissituation und durch den noch nicht erfolgten Abverkauf der geplanten Wohnungen natürlich deutlich ins Hintertreffen geraten. Das ist jetzt die Prologation um ein Jahr. Ja, wir versuchen natürlich das Gesamte global zu verkaufen. Aber die Gewinnmarge, die man sich vorgestellt hat vor zwei Jahren, die ist natürlich nicht mehr erreichbar. Und jetzt versucht man mit dem blauen Auge rauszukommen. Ich hoffe, es bleibt beim blauen Auge. Das ist aber nicht Ihr eigenes Projekt oder von einem Kunde? Nein, von einem Kunden nicht mein eigenes. Ich habe vorhin im Gespräch mit dem Benke gesprochen und habe schon meinen Befremden darüber ausgedrückt, dass man mit 6,22 Prozent auf ein Jahr eine Situation schafft, die bei einer hervorragenden Sicherheitsstellung, muss man sagen, also das Objekt ist, wenn überhaupt, 50 Prozent geliehen. Da ist also genug Geld und Sicherheiten da. Aber die Banken versuchen halt natürlich aus der Situation auch von, ich will nichts wenig unterstellen, aber Kapital zu schlagen. Ja, klar. Und dann, was ist jetzt das beste Szenario für dieses Projekt? Also würden Sie sagen, fertig bauen, vermieten, dann verkaufen global? Oder versucht man den Eisenvertrieb? Man versucht also, einen Bauträger zu finden, eine Firma zu finden, die zu einem auskömmlichen Preis baut. Da sind wir auch dran. Aber letzten Endes muss man dann an den Markt gehen und versuchen, entweder die Wohnung einzuhalten zu verkaufen. Das machen wir bei einem Preis von knapp 5.000 Euro pro Quadratmeter, was im Nürnberger Bereich nicht teuer ist für Neubau. Oder sagen wir mal, nicht zu teuer ist. Das wird auch mit 7.000 Euro aktuell gehandelt. Natürlich ist dann die Ausstattung ganz hervorragend. Oder man findet jemanden, der sagt, okay, ich leg zwei Millionen auf den Tisch, übernehme die Bauern-Eigenschaft und lasse es mir hinstellen. Und dann versuche ich, es gut zu vermieten. Und da sind wir im Nürnberger Bereich bei 14, 15 Euro pro Quadratmeter. Wir haben ja immer noch viel Städte da in Nürnberger erlangen, sehr viel Industrie. Wir haben Siemens, wir haben die Universitäten. Also es ist schon so da, gerade erlangen, dass sehr gut Verdiener nach und vor in der Region da sind. Und ob sie dann kaufen wollen, ja. Aber bei einer Vollfinanzierung? Bei einer Vollfinanzierung hätte man dann auch hier trotzdem wahrscheinlich ein negatives Cashflow-Szenario. Das ist einfach so. Steuerlich mag, Sie haben es vorhin angesprochen, interessant sein. Das heißt, ich habe einen negativen Ertrag aus dem Objekt selber, der steuerlich zu berücksichtigen ist und der Vorteile bringt. Auf der anderen Seite möchte ich eine hohe Miete haben. Und das wird es natürlich wieder wegfressen. Ja, klar. Also schwierige Situation auf jeden Fall. Aber wir wollen ja das Positive sehen und nicht nur die negativen Sachen. Und zwar ist es ja ähnlich auch wie beim Aktienkauf. Jetzt als Beispiel, der Aktienmarkt ist jetzt im All-Time-High jetzt gerade gewesen dieses Jahr. Ja, haben Sie ja eben gesagt, jetzt kaufe ich eine Aktie zum All-Time-High, dann fällt sie ab und dann heule ich ja auch nicht rum, sondern ich kaufe vielleicht nach, um meinen Einstand zu verbessern. Und genau ein ähnliches Szenario könnte man ja auch am Immobilienmarkt ja machen, dass man einfach nach und nach immer weitermacht einfach. Man hat halt mal ein Projekt, das war jetzt vielleicht für die Katz. Es ist halt einfach so. Aber dann muss halt das Nächste wieder besser sein. Und welche Möglichkeiten sehen Sie jetzt da gerade im Investment-Bereich, was wären halt schlaue Investments zum Tätigen? Also Grundstücke kaufen von Bauträgern, die vielleicht ein bisschen in Schieflage geraten sind und dann was bauen und behalten? Oder irgendwelche Bestandsobjekte, Gewerbeobjekte, Wohneobjekte? Also der erste Punkt ist natürlich der, die Grundstücke sollte ich nur dann erwerben, wenn ich die Aktivität habe. Das zu finanzieren ist sicherlich der schlechtere Weg. Die großen Bauträger haben eigentlich, die Grundstücke haben, Vorratsgrundstücke. Bebauen Sie jetzt nicht und warten einfach ab. Das ist sicherlich eine Möglichkeit. Auf der anderen Seite haben wir, ich habe jetzt gerade hier bekommen, die Tage ein sehr, sehr großes Portfolio an Mehrfamilienhäusern im Osten, in Rheinland-Pfalz und in Nordrhein-Westfalen. Da sprechen wir von 1.000 Einheiten oder 2.000 Einheiten teilweise, wo wir mit einem Ansatz von 100.000 Euro pro Quadratmeter rangehen. Das sind teilweise im Osten natürlich, im Westen übrigens auch, Plattenbauten, die aber voll vermietet sind. Zum einen, andere stehen wieder leer. Also da muss man sich genau die Situation anschauen, in welcher Stadt, in welcher Region ist es. Und kann dann vielleicht sogar dadurch eine ganz interessante Investition fertigen. Ja, okay. Also dann sozusagen niedrige Quadratmeterpreise zu angemessenen Faktoren in schlechten Lagen. Dürnberg, Borna, Gera, Magdiburg, also es geht mehr durch den Garten. Und teilweise sind die Mehrstände gar nicht vorhanden. Teilweise sind sie aber bei 50, 60 Prozent. Das heißt also, man muss eine vernünftige Immobilienobjektverwaltung haben, um dann hier letzten Endes durch Neuverbindungen wieder Geld zu verdienen. Da sind wir aber bei einem Mietpreis pro Quadratmeter zwischen vier und sechs Euro. Das ist natürlich der Osten im Land. Im Rheinland-Pfalz ist es ein bisschen besser. Aber man weiß ja auch in Nordrhein-Westfalen, dass es da schwierig ist, was Arbeitslosigkeit und dergleichen angeht. Also man kann sich nicht mehr reichrechnen, kann man sich nicht mehr. Aber man kann letzten Endes ein schönes Portfolio aufbauen. Immer vorausgesetzt, dass die Finanzierung nicht deutlich über 50 Prozent ist. Okay. Ja, mittel- und langfristig ist halt hier auch nicht unbedingt die größte Wertänderungsrendite zu erwarten, denke ich jetzt mal. Genau. Früher hat man mal gesagt, 3 Prozent ist eigentlich so die Immobilienrendite. Jetzt haben wir natürlich eine Niedrigzinsphase hinter uns gebracht. Jetzt möchte aber der Investor mindestens 5 Prozent haben. die Vorhin wird ja die Institutionellen ähnlich. Also man ist nicht mehr dabei, mit einer 3-prozentigen Rendite zufrieden zu sein. Ja. Ja, wie würden Sie dann als Banker empfehlen, dass ein Investor rechnen soll? Also wenn ich jetzt 3 Prozent höre, da kriege ich ja beim Tagesgeld bei manchen Banken schon mehr und habe halt nicht das Risiko, dass irgendwie eine Sanierung kommt. Ja, ja, kurzfristig. Ja, letzten Endes muss man sich, der alte Spruch, der stimmt immer noch, beim Immobilienerwerb ist die Lage wichtig. Das Wort Lage, Lage, Lage ist das Entscheidende. Das bleibt natürlich bestehen. Wir haben die sieben Hauptzentren in Deutschland. Wir haben weiter Metropolregionen. Ich nehme jetzt mal Unterricht in Nürnberg, wird erlangen. Nürnberg da, also da wird sicherlich investiert werden. Auf der anderen Seite, wie gesagt, man muss sich das ganz genau anschauen, um seine Investitionen nachhaltig rechnen zu können. Die Kosten einer Investition sind ja auch geblieben. Es sind nicht nur Notar- oder sonstige Kosten, sondern es sind auch Verwaltungskosten, die nicht geblieben sind. Und das muss professionell gemacht werden. Also es gibt kein, es gibt definitiv kein Geheimrezept oder kein Rezept, wo man sagt, das ist es, das muss jeder Investor für sich selber branchentypisch ansehen. Wir haben natürlich auch Dinge wie, der Hotelmarkt ist ein bisschen zusammengebrochen. Das waren etliche Hotels jetzt für den Bereich Asylanten verwandt mit langfristigen, mittelfristigen Verträgen mit den Bundesländern oder mit der Bundesrepublik selber. Dann haben wir natürlich die ganzen Expansionsbemühungen der großen Netto-Aldi, wie sie alle heißen, auf Land. Und auf der anderen Seite haben wir natürlich den Bereich Logistik, der scheinbar gar nicht mehr nachgefragt ist. Also es gibt meines Erachtens keine Bronze oder kein Bereich, der auch ordentlich günstig ist. Man muss es wirklich finden und suchen. Und das Ausland ist nach wie vor bereit, in Deutschland zu investieren. Das darf man natürlich auch nicht vergessen. Ja, jetzt haben wir mal über den Tellerrand hinausgeschaut, ins Ausland, diesen bereit, in Deutschland zu investieren. In Deutschland mittelfristig zu investieren, braucht man viel Eigenkapital. Wenn wir jetzt mal auf der anderen Seite über den Tellerrand hinaus schauen, also wenn man jetzt Geld investieren will, würden Sie sagen, macht es vielleicht auch Sinn, sich in einer anderen Branche umzuschauen und vielleicht die Finger komplett weg von der Immobilienbranche zu lassen? Weil wir haben hier auch einige Kunden, mit denen wir regelmäßig sprechen, die jetzt gesagt haben, wir wollen unsere Immobilienbestände liquidieren, um in andere Assets zu gehen komplett, weil wir sehen keine grünen Vorzeichen mehr. Das ist die eine Geschichte, das halt Objekte zu verkaufen und dann wieder in Objekte zu investieren. Das muss man sich schon sehr genau anschauen. Auf der anderen Seite, wo wir investieren, man kann natürlich zu einem gewissen Prozentsatz in den Börsen, in Fonds, die oftmals sehr, sehr gut gemanagt sind, investieren. Aber letzten Endes ist es, die alte Regel gilt immer noch, dass man diversifizieren muss. Ein gewisser Teil des Vermögens in Investments, ob das jetzt Fonds oder Aktien direkt sind, bei Aktien ist es natürlich schwierig, da muss man sehr nahe am Ball sein und die Informanager können das ganz gut. In Währungen zu investieren, das halte ich für zumindest sehr problematisch und alle anderen Ablageformen, wie es sich früher mal gegeben hat, Schweinehälften und was weiß ich alles, davon raten wir grundsätzlich ab. Neuerdings ist natürlich der Bereich Bitcoin und Nachfolger sehr stark entkommen, aber meins ist es nicht. Sehr volatil halt auch. Ja, ist erstens sehr, sehr volatil. Auf der anderen Seite ist es durch nichts gedeckt, also da ist keine Basis dahinter. Das ist eines Erachtens ein Spekulationsobjekt. Ob das mal auch die Welt wäre, wo das wage ich zu bezweifeln. Und wie schätzen Sie, also jetzt Investmentseitig haben wir eigentlich alles besprochen. Da gibt es keinen heiligen Grad. Man muss halt einfach wissen, worauf man sich einlässt. Die Verhältnisse E-Kapital müssen passen. Wie schätzen Sie jetzt die Ertragsmöglichkeiten als Makler ein in den nächsten drei bis fünf Jahren? Es gibt ja hier auf Konzernebene auf jeden Fall Ausdüngungen. Dann gibt es halt so kleinere Spezialisten, sag ich jetzt mal, wo man aber halt dann durch eine sehr qualitativ hochwertige Betreuung dann doch den einen oder anderen Deal zum Notar noch bringen kann. Wie schätzen Sie da die Ertragsmöglichkeiten ein im Vergleich zum letzten Jahren und vielleicht auch zu den Jahren vor der Niedrigzinsphase, bevor halt die Zinsen so niedrig gegangen sind? Also ich bin der Überzeugung, dass der Finanzdienstleister und Leister all der Prägung in der Form nicht mehr existent sein wird. Es gibt da etliche Pools auch, mit denen man zusammenarbeiten kann. Aber gerade der Versicherungsmakler hat einen schwierigen Job bekommen, weil sehr viel online gemacht wird. Auf der anderen Seite bin ich der Überzeugung, dass eine gute Versicherung nur über einen vernünftigen, gut aufgestellten Makler dargestellt werden kann. Ob der jetzt auch in dem Bereich Netpapier oder also Fonds hat, der gleich tätig ist, kann ich nur befürworten. Das heißt also, da gibt es einige, die sehr, sehr gut sind, wobei sich der Markt insgesamt deutlich reduziert hat. Auch durch die Regulierungen, Regulativen der Bundesregierung. Man braucht also die ganzen Zugänge, man braucht also die Genehmigungen und dergleichen. Und das wird, glaube ich, immer schwieriger werden. Auch die Kontrollen durch die BaFin, durch dergleichen auch. Und die Immobilienvermittlung, wie sieht es da aus? In dem Bereich, da meine ich, hat es sich auch ein bisschen reduziert. Das Immobiliengeschäft besteht in der Hauptsache aus Netzwerken. Das heißt, man kennt sehr viele Leute, man ist selber bekannt, man hat eine vernünftige Angebotspalette, man hat eine gute Homepage, wo sich auch der Investor, der interessant wiederfindet, und es gehört Vertrauen zu dem Geschäft dazu. Und wie ich gerade schon eingangs gesagt habe, das ist eigentlich ein Netzwerkgeschäft, man muss im Gespräch bleiben. Nur dann bekommt man auch gute Objekte und auch gute Kunden. Und es ist ja gerade, der 7 Plus Club ist ja eine Möglichkeit für uns, die Suchprofile, die wir zwar auch immer haben, noch verstärkt nutzen zu können. Und auch eine der Möglichkeiten, glaube ich, in dem Bereich erfolgreich zu sein. Und ich denke, man muss auch einfach fleißig sein. Das hört sich blöd an, aber das ist einfach so. Derjenige, der einmal zufällig in einem Mehrfamilienhaus verkauft und dann, ich sage jetzt mal, 30.000 Euro verdient hat und sagt, das ist ja toll, macht das 2 Milliarden Euro. Gut, so ist es eben leider nicht. Oder Gott sei Dank nicht. Also es gehört schon sehr viel mehr Know-how dazu. Und die Leistung eines Immobilienmarklers besteht ja nicht damit, jemanden zu finden, der was braucht, und jemanden zu haben, der was verkaufen will, nach dem Motto füge zusammen. Das ist es ja eben nicht. Da gehört ja sehr viel mehr dazu. Da geht es über Notarvorverträge, da geht es über Verhandlungen, da geht es um die Due Diligence, die teilweise sehr, sehr nachhaltig sein muss, gerade bei großen Objekten, wo man dann wirklich ins Eingemachte geht. Und da ist der Markler derjenige, der die Unterlagen, den Investor zur Verfügung stellt, die auch berät, beide Seiten auch berät. und auch kein einfaches Geschäft. Und ich sage mal, wenn man zehn Dinge hat, ist man froh und zufrieden in ein oder zwei Klappen. Ja, auf jeden Fall. Da sollte man sich als Makler, auch was wir immer für Erfahrungen machen, fokussieren auf die richtigen Projekte und nicht halt jeden Quatsch anfassen, sozusagen. So ist es, ja. Und dann halt am Ende des Tages ist es die Aufgabe des Maklers, Käufer und Verkäufer zusammenzubringen, was den Preis und auch die Zwischenmenschlichkeit angeht. Ganz genau richtig, ja. Ja, und jetzt findet gerade eine natürliche Ausdünnung statt und wer cool ist, sag ich jetzt mal, und gerne Kontakte pflegt und hält, der hat halt weiterhin Erfolg und der einfach nur kurz eine Rechnung rausschicken wollte halt nicht. Hat vielleicht in der Vergangenheit ab und zu mal geklappt, aber die Zeiten sind vorbei. Ja, wir haben ja auch zwei große Messen. Wir haben die Expo Real in München, die mittlerweile, ich glaube, bei 3.000 Ausstellungen und 40.000 Besuchern die größte ist. Da gibt es noch eine, die nützt in Cannes. Das ist natürlich mehr das internationale Geschäft. Aber da muss man eigentlich vor Ort sein und das ist anstrengend und das ist natürlich auch sehr interessant. Man macht neue Kontakte, man macht kein Geschäft. Das braucht man nicht, aber daraus folgende Kontakte oder beziehungsweise Terminieren. Ja, wir sind auch vertreten auf beiden Messen. Dieses Jahr auch erstmalig auf der Expo Real als Aussteller. Ah, sehr gut. Genau. Dann werden wir uns sicherlich sehen. Kommen Sie vorbei, genau. A1, Münchenstand. Ah, okay. Münchenstand. Ja, dann weiß ich das direkt vor dem Nürnberger Stand. Genau, dann sehen wir uns dort. Dann kann ich Sie dort zum Kaffee einladen, wenn wir jetzt heute schon leider nicht persönlich dann. Ja, da werden wir uns sicherlich einen Weg finden. Genau. Das ist schon spannend so und auch, wie Sie richtig erkannt haben, das Kontakten, das Netzwerken, das mit anderen Leuten sprechen, sich Know-how selber. Man lernt ja bei jedem Gespräch eigentlich dazu irgendwie, weil jeder ein bisschen anders vorgeht. Das ist, glaube ich, wird immer das Wichtigste bleiben. Und das Untergeschäft ist sozusagen kein Zufallsgeschäft, sondern es ist ein planbares Geschäft. Ja, Herr Veit, danke Ihnen für Ihre Zeit. Ich denke, wir haben jetzt hier den Rahmen ganz gut abgesteckt, was halt Sache ist. Genau wie man halt hier im jetzigen Markt ein bisschen noch weitermachen kann oder halt auch nicht. Man kann halt sich überlegen, ob man vielleicht auch dann die Finger jetzt weglassen will, wenn es nicht mehr ganz so einfach ist. Wenn man halt ein Projekt sich angelacht hat, das man jetzt noch hat, muss man halt irgendwie einen Weg rausfinden, wie der auch ausschaut. Muss jeder selbst entscheiden. Und in dem Sinne, ich melde mich im Nachgang nochmal bei Ihnen jetzt gleich wegen dem Projekt da in Leipzig. Da können wir vielleicht mal irgendwie sprechen. Und ansonsten wünsche ich Ihnen einen schönen Tag noch und viel Erfolg. Herr Fröhlich, herzlichen Dank für das Gespräch. Hat mir Spaß gemacht. Bis dann. Dankeschön, tschüss. Dankeschön. Dankeschön.